Tettnang begeistert auch durch eine Vielzahl von Museen. Im Montfort Museum kann man die interessante Stadtgeschichte hautnah erleben. Die Exponate reichen von Münzen und Schwertern bis hin zu Geschichten über Wein, Hopfen und die Hexe Anna Lohr, der 1625 der Prozess gemacht wurde. Das Elektronikmuseum zeigt zum einen die historische Entwicklung der Tettnanger Elektronikindustrie und zum anderen Geräte, die man aus dem Alltag kennt oder eben nicht mehr kennt. Auch für Kinder gibt es vieles zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.